So, heute wieder das neues Thema und zwar Hühnerfutter und ich bin wie immer auf dem Hof meiner Großmutter und wollte euch jetzt einfach mal zeigen, was für verschiedene Hühnerfutterarten es denn hier gibt. Und zwar gehen wir mal in den Stall hinein. Ich mache mal jetzt ein bisschen heller. Ich hoffe, das sieht man gleich. So, wunderbar. So, und einmal haben wir hier, ich greife mal rein. Hier sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ich muss jetzt nochmal scharf stellen. Eieiei, Technik hier, ne? Ja, also hier verschiedene Kornsorten, die einfach gemischt sind. Und diese Kornsorten bekommen die Hühner zu fressen. Und zwar in typischen Futterautomaten. Und wenn du wissen willst, wie so ein Futtermatt aussieht oder wo man diesen kaufen kann, kannst du unten in der Infobox schauen. Ansonsten haben wir hier... Ja, so, hier haben wir Brot, was wir wieder dem Essen beimischen können. Und hier ist noch Mais. Das kann man natürlich auch beimischen. Vor allem natürlich muss das Fressen dann... feucht sein. Also da muss Wasser enthalten sein, damit das alles funktioniert. Und das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist das hier. Und zwar sind das, wie du hier siehst, Matten. Und unter diesen Matten, die wir manchmal hochheben, befinden sich... Vielleicht haben wir ja Glück heute. Würmer! Da ist einer. Seht ihr? So, und diese Würmer sind natürlich eine Spezialität, die die Hühner natürlich mögen. Und mal schauen. Vielleicht finden wir gleich hier um die Ecke einen Huhn. Und dann geben wir ihm mal einen kleinen Wurm zu fressen. Da ist er schon. Da sind sie, die Hühner. So. Die entspannen schon da hinten. Ich mache mal wieder den Fokus rein. Dass ihr aussehen könnt, was hier passiert. So. Und ich schmeiß den... Hopp! Den Wurm hin. Naja, die sind gerade eher auf Fluchtmodus, wie dass sie... Wie bewusst auf keinen Wurm haben. Zum Beispiel gucken, wo der ist. Da ist er. So. Und... Und nochmal. Hier. Der Wurm. Und... Hopp! So. Ich würde mal behaupten... Das war wohl nix. Obwohl... Ah, da hat gerade das Huhn... Da hat es gerade gefressen. Genau. So, also jetzt weißt du Bescheid. Es gibt verschiedene Arten von Hühnerfutter. Natürlich grasen die Hühner auch hier immer gerne rum. Und folgen ihrer natürlichen Gewohnheit des Pickens und des Scharens. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst über Hühnerfutter, wie genau die Mischung funktionieren, in welcher Konstellation, in welchem Verhältnis und sowas, klicke, falls du jetzt dich auf YouTube befindest, unterhalb dieses Videos in die Infobox. Und da findest du einen Link zu meinem Blog. Und dort ist ein ausführlicher Artikel über Hühnerfutter und worauf du achten musst und alles, ja, alles, was du so brauchst. Okay, ich bedanke mich, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Falls du diesen Channel noch nicht abonniert hast, dann tu das. Falls du den Inhalt hier magst, dann gib mir einen Daumen hoch. Und ansonsten findest du, wenn du mehr solche Videos finden möchtest... Boah, hier sind überall Leinen. Wenn du mehr solche Videos sehen möchtest und vor allem meine Artikel, die natürlich viel detaillierter sind und wo du mehr Informationen rausholen kannst, dann geh auf meine Webseite, auf meinen Blog, der unterhalb verlinkt ist und schreib dich in meinen wöchentlichen E-Mail-Newsletter ein. Dort bekommst du super tolle Informationen zur Hühnerhaltung, zur privaten Hühnerhaltung. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, dein Paul. 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 Bis dahin, dein Paul.